Hallo ihr Lieben! Hallo! Heute wieder mit der heißen Jasmine Moore, heute noch ein bisschen rough unterwegs. Nein, noch gar nicht mal so heiß. Dazu braucht es noch einiges. Es braucht noch einiges und genau das wird auch das heutige Thema sein, denn wir haben vor, einen Freund von uns zu überraschen, der noch von gar nichts weiß. Denn heute ist, wie man weiß, in Zürich der Pink Monday, quasi das Regenbogen-Oktoberfest von Zürich. Ja, und es wird auch mein allererstes Mal sein, muss ich gestehen, auf einem Oktoberfest zu sein. Und ich bin so ein bisschen... Ja, wir wissen es noch gar nicht, wie wir sind, weil so dicke Backenmusik ist eigentlich nicht meins. Deins? Nee, vor allem auch bin ich kein Biertrinker. Das ist das nächste. Also wir hoffen auch, dass es gibt was anderes zu trinken. Und ja, wir nehmen euch hier auf jeden Fall mit auf die Reise zum Oktoberfest und werden zwischenzeitlich mal von unseren einzelnen Steps berichten, bis wir letzten Endes die Überraschung dann im Kasten haben. Und ja, viel Spaß dabei! Ciao! 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 Also wir sind fertig, ausgeht bereit, wir sind schon wieder viel zu spät, weil wir voll lang rumgefummelt haben. Aber ich finde, das Ergebnis kann ich sehen lassen. Allerdings, sie haben mächtig als wir heute sehen. Was soll ich sagen? So, also Emily und Daphne gehen jetzt raus und ja, wir haben schon unseren Freund angerufen, der weiß schon, dass wir später sind und den Rest seht ihr später. Tschüss! So, ihr Lieben, wir sind jetzt angekommen. Wir kommen uns vor wie zwei Oktoberfestuhren. Die da, die da. Nein, und wir warten jetzt, weil gleich sollte der Freund von uns kommen und ja, wir sind hier gleich. Hallo, hallo Donny! Schön, 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 schön. So geil! Ja, los geht's! So, ihr Lieben, Anita. Anita, das war's für heute. Wir hören das. So, ihr Lieben, wir haben heute geschossen. Wir haben geschossen. Ich hab gewonnen, das sogar ohne Brille. Und ich hab zehn durchgeschossen und es ist jeder Schuss ein Treffer. Also wir gehen jetzt nach Hause. Es war, das war mega. Es war recht interessant. War lustig. War cool. Es war lustig. So Lederhosen-Oled. Schon noch fesch, oder? Ja. Wir haben keine Maske getrunken, weil da muss man zu viel aufs Klo. Also schönen Abend euch noch und bis ganz bald.